Mann! Ich hab ne Zitrone! Ihr wisst was das bedeutet neuer Weltrekord von Wannabe knacken. Wir versuchen heute den ultimitiven Weltrekord zu knacken mit dem weitesten Schuss in der ganzen Season. Das war 1400 Meter, wie weitest du knacken? Wir waren 2400 Meter oder mehr schaffen. Easy going. Ich lade jetzt jemand ein von meiner Community und dann geht's los. Du weißt, lass ein Like da, lass ein Abo da und krag in Itemshop mein Grater Code ein. Troxos mit Doppel E. Und ich würde mal sagen, let's go! Heute ist es wieder so weit. Nach fast zwei Jahren werden wir heute einen Weltrekord aufstellen mit einer neuen Waffe. Und zwar werden wir versuchen den weitesten Schuss mit einer DMR auf der ganzen Welt aufzustellen. Der liegt aktuell bei 1005 Meter. Und zwar aufgestellt von Soa Milo und den werden wir heute auf jeden Fall brechen. Ich sag euch, das Ding geht noch viel weiter. Die Frage ist halt nur, ob ich treffen werde. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon, mein Freund Brummi Bernd hat sich da hinten aufgestellt. Ich habe es auch einmal markiert. Es sind aktuell 1009 Meter oder 12 oder so. Und ich bin mal gespannt, ob ich den überhaupt treffen kann. Wann schauen. Ein Lebenszeichen. Oh mein Gott. Ich habe ihn getroffen. Lol, nochmal. Oh mein Gott. Ich bin zweimal getroffen. Ich muss gar nicht so hoch zielen. Was? Ich sag euch, Freunde, zieht euch warm an. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. 1.012 Meter. Ey, das gibt es doch gar nicht. Die DMR kann einfach weiter als ein Sniper schießen. Das ist geisteskrank. 1.012 Meter, Freunde. Aktueller Weltrekord mit der DMR und das im Kampflabor. Holy Shit. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Kampflabor. Und wir werden jetzt dem Weltrekord wannabe knacken. Das ist es. Wir müssen nur 1.000 Meter entfernt sein. Da muss ich ihnen dafür gehen. Mit der neuen Waffe, die neuen Sniper, die mega OP ist mit 45 Schaden. Und ich würde noch sagen, ich gehe jetzt hier erstmal nach hier hinten hin. Zu Daily Bagel. Und werde erstmal mir die Waffe holen. Auf easiness. Freunde, gerade klären wir den Creator Code zu Roxas im Itemshop ein. So, jetzt suchen wir erstmal die Waffe. Wir haben uns schon mal einen Platz rausgesucht. Das sind 1.060 Meter. Wannabe hat 1.010 Meter geschafft. Wir werden natürlich das Dreifachnis schaffen. Nein, Spaß, Leute. 1.020 Meter sind auch schon mega gut. Aber wir bauen jetzt erstmal die Waffe. Und die Waffe suchen dauert erstmal mega lange. Auch wenn die nicht selten ist. Aber sie ist seltener geworden. Und wir haben hier einen Revolver. Aber wir brauchen die Sniper. Das ist die erste Tour. Und, oh mein Gott. Was ein Lucky. Gleich in grün. Okay, nice. Ich muss mal sagen. Dann begeben wir uns ganz nach oben hin. Let's go. So. So. 700 Meter. Oh nein. Digga. 800 Meter. Schu. Wie weit muss ich denn noch weg? Digga. Wie weit muss ich denn noch weg? Wie hat das Wannabe geschafft? Das ist wieder falsch. Ey. Ich hab das nicht. 1000 Meter. Okay. Das ist nice. Wo der Schuss ist. Ob irgendwas ankommt. Ob irgendwas ankommt. drin 거붂eln. Die Erde. Das gab es. Düte Janikas血icksäten. Das war sie nicht selber. rubbing mit cutten Trification virus. Das stDas ist viel stewardsigern. Tag ist einzauss für gewissen, Knut die Stadt die Welt. Im Rest. Die Ash , Töpe. Mir wurde divert damages. Ich seh dich, oh mein Gott. Markier dich mal. Nein, markier dich mal. Du meinst. Nein, ich weiß nicht, wo du bist, das Film. Oh mein Gott, das war knapp. Oh shit. Digga. Oh, oh, oh mein Gott. Markier dich mal, wo bist du? Bro, du musst wissen, wie weit du entfernt bist. 1030 Meter. Nein, 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 nein. Mann. Ja. Noch ein Hit, noch ein Hit, noch ein Hit. Ja. Oh. 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 geknackt von wannabe 1030 meter schafft es erstmal schreibt in die kommentare ob ihr das schafft macht macht einfach keine ahnung schickt es mir erwähnt mich im videos und zeigt dass ihr mehr schafft schickt das video an wannabe das war's mit diesem video ich hoffe das video hat euch gefallen lasst ein like da lasst ein abo da und neuer rekord ist geknackt geisteskrank geisteskrank freundlich wird man sagen das war's mit diesem video und tschüss